Herzlich willkommen, liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern. Ich bin Herr Kotsch, ich leite die Fachschaft der Nachmittagsbetreuung. Neben unseren vielfältigen AGs in den Leihentalsschulen bieten wir auch ein individuelles Förderkonzept. Dies möchte ich euch gern kurz vorstellen. Anfang jedes Schuljahres machen wir eine Online Diagnose. Diese Diagnose dauert circa zwei bis drei Wochen. Nachdem die Schülerinnen und Schüler die Aufgaben der Online Diagnose bearbeitet haben, haben wir die Möglichkeit zu sehen, welche Stärken und welche Schwächen ihr in den Hauptbächern Deutsch, Englisch und Mathematik. Nach der Analyse kriegt jeder Schüler oder Schülerin eine Fördermappe, die auch individuell bearbeitet wird. Ich und unser Team sind jederzeit immer bereit, euch bei euren individuellen Arbeiten zu unterstützen, zu fördern und zu helfen. Das Schöne am Förderunterricht ist, dass es sehr abwechslungsreich ist und dass wir jederzeit unseren Lehrern Fragen stellen können. In unseren Mappen und in den Online Diagnosen können wir erkennen, wo unsere Stärken und Schwächen sind. Und je nachdem können wir unsere Schwächen zu unseren Stärken umwandeln.